Was ist hier etwas? Nein. Sehr schön! Wir öppenen! Was ist das? Ich würde gerne wissen, was das für ein Herz ist. Ist das ein Herzcontainer? Wie bei Zelda? Wie bei Link? Und wieso hat Alice gerade, glaube ich, die Augen geschlossen gehabt? Gut, dann kommen wir da hin und... I hate my life. Das Feuer rührt mich nicht. Aber die Explosion trifft mich. Na, ihr habt euch auch schon bestimmt um mich gesorgt. Wo ich denn... Es ist verschlossen. Oh, Mann! Da, seht die Augen zu. Ich frage mich, ob das ein Modell... Modell... ein Modelfehler ist, oder... Es kann doch nicht sein, dass ihr die ganze Zeit die Augen zuhört. So. Genau, bleibt er hängen. Dann kümmert sich das Feuer erst mal um den Eilen. Haaaah... Und der überlebt die ganze Sache, natürlich. Und das ist etwas knapp gesetzt, glaube ich. Das reicht nicht. Okay, spielen wir auch mal Shotgun mit dem hier? Ja, ja, geil. Warum? Wieso ist der jetzt so intelligent und geht da plötzlich um eine Ecke? Gibt so eine Möglichkeit einfach, äh... Das Ganze hier ist eine einzige riesige Falle. Hauptsache, der Ball bleibt immer schön bei uns und springt neben uns her. Warum? Was ist das überhaupt für ein Ball? Das sind Knochen. Gut. Aber... Hunde Knochen. Ball. Knochen. Was können wir dann mit dem Ball machen? Ich weiß es nicht. Ich verstehe es auch nicht. So. Zwei dieser Gegner. Gut. Jack in the Box. Mach dein Zauberwerk. Äh, Party! Äh, das tut weh! Hier! Mach mal mit denen, Party! Doink! Yeah! Yeah! Naja, ich bin doch besser gelaufen, als ich zuerst dachte. Yay, Wendeltreppe! Wendeltreppe! Wir haben zu Hause auch eine Wendeltreppe. Yeah! Wendeltreppen sind irgendwie cool. Die haben was. Hm. Aha. Wo bring ich jetzt wieder an? Oh. Okay. Auf der anderen Seite. Oh. Nicht so cool. Schauen wir erstmal weiter nach, was hier ist. Ja? Schauen wir mal nach, was unten auf uns wartet. Und... Ach so. Warum? Wieso respawnt ihr? Nö, kein Bock. Nö, ich gehe in die andere Richtung. Dann ist die andere Richtung bestimmt angenehmer. Oh. Nö. Kein Bock. Kein Bock. Kein Bock. Kein Bock auf so'n Kack. Ich muss nicht ströben, oder was? I don't get it. Yay, ich werde verfolgt. Yay, yay! Ah, shit. Oh, ich das überlebe? Wollen wir mich überhaupt hin? Ich krieg keine Luft mehr. Ach so! Aber da ging's ja nach oben. Den Weg würde ich gerne mir noch mal genauer abschauen. So, entweder ist hier so... So Strömung, oder... Aha, er geht ja doch. Wozu? Hölle! Verdammt! Ach Gott, da ist die Steuerung unter Wasser! Manch! Ah, ist schlimm. Ah! Tut mir leid, dass grad so viel... Äh... Hä? War das hier? Ja. Ich hab mich gerade selbst verwirrt. Tut mir leid, dass da für gerade so viel Zeit drauf geht. Aber das... Ja. Alles braucht seine Zeit. Wir können hier unterm Rock gucken! Yay! Sie hat tolle Strumpfe. Ernsthaft! Okay, das heißt, hier ist es... Besser. Weil hier könnten wir den Weg ja bereits, ne? Alles mal ein Treffen. Ja. Danke. Und weg mit dir, weg mit dir. Auch wenn ich von Sternzeichen Fisch bin, ihr seid gerade keine große Hilfe. So. Und von den letzten Malen wissen wir, dass hier unten auch noch keiner dran hängt. Stepp! Stechen! Erstochen! Aha! So. Wieder Luft holen. Wieder runter gehen. Reingehen. Heilung holen. Hoch gehen. Runter gehen. Quick Save. So. Luft schnappen. Und dann geht's da hinten gleich auch weiter. Ich hab das Gefühl, das wendet sich hier alles so ein bisschen. Also, was heißt wendet, das geht hier so auf, ab. Und das zieht sich schräg auf. Yeah! Und wir kommen weiter! Uh! Und ich drehe mich gerade selbst hier. Ich kann auch in die andere Richtung drehen. Yeah! Yeah! Was ist das? Okay, da falle ich einfach nur durch. Schade. So. Woof! Yeah! Perfekt! Ja, du machst Boom. Ich kann auch Boom machen. Beziehungsweise Jag in the Box macht Boom. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. I want you in my room. So. 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 Der hat so ne komische Mistgabe. Ja, und weil's Feuer ist, kannst du jetzt auch genauso gut sterben. Ach so! Nein, aber... So, danke dafür, danke dafür. Wieso kannst du nicht einfach mal da stehen bleiben? Mensch! Ach, hier, ich mach damit nur wenig Schaden. Scheiß drauf. Ach! Ja, komm, Messer, komm zurück! Das Messer macht für den Anfang vor allem eigentlich schon genügend Schaden. Ziemlich viel. Äh, wie viel genau weiß ich jetzt nicht, da ist wieder ein Hater. Hier. Ah, warum ist hier ne Ecke? Verdammt! Schlechtes Model-Design ist... Model-Level-Design. Schlechtes Mapping ist schlecht. Ah, komm. Jetzt wirf doch dein Messer! Es ist unglaublich, wie die Steuerung manchmal nicht reagiert, wie jetzt. Vor allem verstehe ich nicht, wieso das passiert. So. Ja, ist das ein Spiegel oder... Ah! Ein Spiegel! Oh ja! Die Haare, sie liegen gut! Hey! Unsichtbarkeit! Cool Sache! Ach! Nur wofür brauchen wir die denn jetzt? Na ja! Wenn ich wüsste, wofür wir die bräuchten. Ich hab die jetzt einfach mal dafür genutzt. Entschuldigung! Ach! Mach ihn für ey, weiss! Ciao! Ich hab sie jetzt raus! Ach, da hab ich raus! Ja! Nein, natürlich nicht. so dann... Ach, ich hab wieder keinen Ton! Nein! Darauf habe ich keinen Bock! Ach, Mensch! Ah! Falscher Knopf ist falsch! So, yay! Das kennen wir schon und gerade ist, äh, die... So, Spiegel... ... ein komisch nach unten gegaggt und die Zeit läuft schon, das ist wunderbar! Hä? Ihr könnt mich nicht sehen, ihr könnt mich nicht sehen! Vielleicht wäre ich so doof dafür! Äh, genauso wie der Hater! Hm? Kann der uns trotzdem spüren? Egal! Wir aktivieren das mal wieder und versuchen, dass wir jetzt schleunigst hier rauskommen! Ach, komm! Kann man da runter? Bitte, bitte! Yes! Oh, fuck! Ähm, ähm... Nein! Wow! Ich speichern! Wow! Warum seid ihr hier? Das ist nicht fair! Weg! Nein! Oh, shit! Gut, dann gehe ich diesen Weg eben nochmal! Yay! Oh, fuck! Nein! Nein! Hahaha! Ach! Ich hab doch... Ja! Hm? Na, wisst ihr Bescheid! Ah! Yeah! Weckotiert! Wow! Ja! Ich hab keine Probleme mit euch! Wieso kriege ich Feuerschaden, Mann! Wieso kriege ich Feuerschaden, Mann! Oh, ich hab schon gedacht, was für Maden kommen wir jetzt von hinten! Ah! Ah! Okay, das wird jetzt grad... Ah! Gott! Lass uns nicht mal kaputt gehen! Lass uns nicht mal kaputt gehen! Lass uns nicht mal kaputt gehen! Komm, du brennst wie deine... Ja, Kollegen, doch auch fünf Jahre! Oh, shit! Ja! Näääh! Hater! Alte Fresser Hater! Komm her! Wow! That was fucking close! Eigentlich muss ich da jetzt nur rein rennen. Ja... Tschüss Sikowski! wow so und hier hier mache ich jetzt mal einen kleinen cut das heißt entweder sehen wir uns gleich im nächsten part oder es geht jetzt sofort weiter das werde ich dann entscheiden bis gleich oder bis nachher bei american mcg's alice